Der Junge hat richtig Spaß. Das müsste, glaube ich, schon Max Osberg sein mit der Nummer 10 und Horst 1 Ehrwechsländer auf ihrem Citroën C3 WRC. Ich vermute mal, das ist die Sule. Andreas Middelsen mit der Fiasign mit Anders Jäger Sülwak. Ja, und hier ist Jarimati Latvala mit Vika Antila. Ja, der richtig Lust und Laune hat heute. Tolle Zeiten, Pferd, er lässt fahren ein. Das müsste jetzt Gianni Sordo sein mit Carlos del Barrio. So, ich starte Nummer 6. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Oh nein, das ist der Belken Thierry. Das ist der Belken Thierry. Das ist der Rally Deutschland, Ott Teneck und Martin Jarveoja. Das ist der Belken Thierry. Das denke ich auch.